Oma? Warum ist das Licht wieder aus? Machst du wieder mit dem Opa irgendwelche spießende Dunkelheit? Das solltest du doch gar nicht wissen. Warte nur, wenn du mir in die Fingerkriegung kommst à la Christ, bist du eigentlich... In letzter Zeit machst du das so oft, Oma? Ja, Opa braucht ein bisschen Abwechslung vom Rentnerleben. Ey, es fängt schon wieder gut an. Leute, herzlich willkommen zu Granny Simulator. Ja, heute ist mal Daydreamer wieder mit dabei. Er ist unser kleiner Grandson... Was muss ich eigentlich machen, Alter? Okay, I need to fight my last turn, okay. In the basement, okay, ja. Ja, das war super, jetzt zeige ich dir's, Alter. Wie ihr seht, ich kann hier nur kurz sprinten, danach ist wieder Ende Gelände. Wir haben heute... Ja, das stimmt. Wir haben heute wieder unseren lästigen Enkel an der Backe. Dabei wollte ich doch meinen Mann wieder mal ein bisschen beglücken. Weil er... Ja, das Rentnerleben... Es ist halt langweilig, oder? Ich kann vielleicht... Ja, okay, ich glaube nicht, dass jetzt ein Rentner zuschaut oder jemals zuschauen wird, aber... Wenn doch, dann versteht ihr das bestimmt. Oh, nee. Ja. Du bleibst weg. Opa ist im Keller. Du bleibst weg. Kann ich dich tasern? Aua, ich bin umgefallen. Aua, hilf mir aber bitte hoch. Oh, nein, nein, nein. Du bist nicht. Boah, hab ich dich getasert? Ja! Wie kann ich dich kicken? Eh! Bist du weggeflogen? What?! Aua, ich bin schon wieder umgefallen, Alter. Aua, mein Rücken tut weh. Gewächte Laterne, Alter. Aua, mein Guck. Mann, Opa, muss die scheiß Türen erstmal knallen, bevor ich ihn knalle. Wer mich, je nachdem. Aua, aha! Eh, wieso funktioniert das bei dir? Aua, aua, aua! Hilfe! Ich hab noch nen Deal mit Lucifer gemacht. Oh, nee! Nee, aua! Mach's aufhören! Jetzt ist vorbei! Au, jetzt reicht's aber dann! Eh, wo bist du? Ach, hier! Heat! Ohohohoho! I need my... Oh, nee! Ich brauche meine Pillen! Smoke weed everyday! Green Pill! Nein, nein, nein! Lass mich in Ruhe! Aua! Aua! Du Hund! Du Kind meine ich! Oh, wieso sind die Jungen heutzutage so schnell? Aua! Meine Beine, meine Knie, alles tut mir weh! Oma, hast du das auf Versteckspiel? Kann ich gleich mit ober im Versteckspiel spielen, Alter! Naja, also, wo bist du denn? Ich finde dich ja geil! Aua! Habe denn was geschossen? Da bist du! Ich hab dich! Zack! Oh, ich! Ronaldos Urgroßmutter! Na, kommt davon, wenn man sich mit mir anlegt! Oh! Jetzt habe ich die Vase weggeschmissen! Nein, meine schöne Vase, die mir Opa damals geschenkt hat! Damals 1950! Oh, Michael, du bist älter! Ja, damals war ich schon fast alt! Du bist 400 Jahre alt! Ja, gefühlt! 198, um genau zu sein! Auch gut! Vampire, die älter sind Oma! Also, ich würde sagen, du verlierst! Never ever! Ah, kannst du mir kurz helfen? Ich stecke in der Tür fest! Nö! Ach, Mann! Junge, was ist denn los? Danke! Wo ist hier dieser Stromgeneratorkasten, Anna? Eins, zwei! Boris kommt vorbei! Fünf, sechs! Apiss dich! Ich mag dich nicht! Du bist ein... Ich finde deine Toch... Äh, deine Tochter... Deine Schwester... Ich finde die viel besser! Viel angenehmer! So ruhig! Oh mein leid, dass ich dir so ins Gesicht sage! Aber es... Ist halt einfach die Wahrheit! Wirst du, dass meine Schwester Annabelle heißt? Was? Du bist mir doch sympathischer! Nein! Boah, Jo! Aua, das war alles! Wie kann ich eigentlich Leben generieren? Ach, mit den gelben Pillen, oder? So, jetzt verpillst du dich aber mal! Sonst kommt Opa... Äh, meine Vase, die mir Opa geschenkt hat! Geflogen! Boris! Nein, nein, nein! Aua! Ich... Flieg! Oh, Alter! Ja, Karma! Oma! Oma! Warum musst du nur ausgerechnet mich ans Ball nehmen? Ja! Ja, Karma! Ich will jetzt mal eine Zeit für mich und Opa haben, okay? Echtleee? Ja! Na, ich hab ein Geschenk für dich! Ich will kein Geschenk! Auch, weil Opa ausgelutscht ist, ne? Na, das ist ja schon langsam! Dann... Na, dann hab ich ein Geschenk für dich! Bete schön! Oh Gott! Spinnst du? Ich kann auch mal ausprobieren, ja? Gute Idee! So, stirb! Gift Spray! Hat dich erwischt? Nee! Scheiße! Schnelle Rennen, Oma! Oh Gott! Alter, Leute! Das ist komplikalisch! Alter, wie lange das es geht, bis die auch wieder ein bisschen Energie hat! Das ist eine gebrechliche alte Frau! Haha! Lustig! So kommt der eigentlich so creepy Musik gegen dir! Also, er ist nicht mal creepy, aber ist so speziell einfach! Hä? Oma, wo bist denn du? Ich bin auf dem Dach! Ey, was machst du da oben? Hm? Ich... Äh... Hütter die Vögel, Anna! Hä? Die Vögel! Oh ne, ich bin umgekehrt! Au, au, au! Oh, ich bin mit dem Dach gestürzt! Ja, wortwörtlich! Nehmen wir noch! Jetzt bin ich im Keller unten! Vielleicht gehe ich gerade... Ey, so, hast du wieder von deinen schönen Drogen genarscht? Ja, klar, Junge! Du weißt, ich brauche das Zeug! Ich brauche das Zeug! Oma, Doktor, äh... Humugu hat doch gesagt, ich sehe dich gut! Verpiss dich! Meine Drogen! Ich nehme die Drogen, die ich will! Boah! Ich bin so lebendig! Alter! Nein! Nein! Das tust du nicht! Das wagst du dich nicht! Aua! Oh, ich brenne! Hilfe! Hilfe! Scheiße! Aua! Mein Bauch tut weh! Aua! Lass mich doch mal in Ruhe! Oma! Zeig mir, wie man Suppe koch! Wieso? Aua! Jetzt hören Sie! Es reicht es aber mal! Suppe... Digga, es ist Mitternacht! Ah, ne! Es ist 1 Uhr nachmittags! Aber irgendwie ist alles dunkel! Ich weiß auch nicht, was los ist! Geh mal raus und genieß den Mond, Allah! Die Sonnenfinsternis! Ja, ich hab... Ich hab... Tod gefragt, ob es eine Sonnenfinsternis machen kann! Toll! Stolz auf dich! Ja! Oh, hier ist mal noch ein Glütenbier, Alter! Das ist das, was ich brauche! Oma! Du riechst ja eigentlich so verbrannt, Alter! Ich glaub's ja nicht! Ja! Ich riech's auch! Oma! Ja! Bist du? Ich bin im Keller, Alter! Ich muss ja in den Keller, irgendwie! Ehrlich? Ja! Ja! Ah! Wofür weißt du das immer? So, jetzt kommst du her! Ich kann alles sehen! Ich hab keine Energy! Nein! Ich bin ein Verwandter von Sauron! Ja! Ja! Ich hab gewonnen! Was? Ja! 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 Auf jeden Fall! Leute! Das war's für diese Folge! Granny Simulator! Schaut auf jeden Fall bei denen! Das war auch eine sehr witzige Folge! Lasst bei uns beiden ein Like und ein Abo da! Und dann würde ich sagen! Warte mal! Schreibt unbedingt in die Kommentare, wer im nächsten Video gewinnen wird! Oder was ihr denkt! Ja! Und dann würde ich sagen! War's das mit dieser Folge! Bis zum nächsten Mal, Leute! Ciao!